Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Let's Play, äh, von, äh, 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 Latents Mystery Journey und, äh, ich bin euer Gast, äh, äh, Gastgeber Exido und ich habe eine Hand, die ist sehr, äh, sehr dünne, für, äh, verglichen mit meiner anderen Hand. Ich bin ein Monster. So, okay, ja, ähm, oh man, warum, warum, nein, nein, gib mir mal meine Hand hier, warum ziehst du einfach so die Hand weg, meine Hand, du, oh man, äh, was, hi, ich habe die Abo-Box gekämmt und diesen Text vorgeschrieben, weil ich Langeweile hatte und den Stream, äh, nein, ich, äh, den, äh, Stream-Dings da, äh, vorlesen, kannst du noch mal bitte ein bisschen so rankommen? Dankeschön. Ähm, hi, ich habe die Abo-Box gekämmt und diesen Text vorgeschrieben, weil ich Langeweile hatte und den auf den Stream wartete, ja, ist sehr gut, äh, ich hatte ja angekündigt, dass ich den mache. So, ich habe jetzt diesen Hund, den du, den, den, den meine Hand da gemacht hat. Nein, Quatsch. Ähm, okay. Ja, weil ich küsse gern Hündchen. Ja, gehst mit deiner Hand fremd. Ich gehe mit meiner Hand fremd, ja, genau. Oh Gott. Nein, ich gehe nicht mit meiner Hand. Oh Mann. Ja gut, also wir sind jetzt so auf jeden Fall weiter, äh, und können ja wieder ein anderes, äh, Dings aufrufen. Wir kommen hier noch mal hin. Moment. Über dieses Dings-Zeichen da. Ne, hier, äh, über dieses L-Zeichen. Ja, ja, ja. Genau. Und dann können wir nämlich weitermachen in unserem neuen Fall. So, und, ähm, nein, nein, bleib ruhig hier, bleib ruhig hier. Wir wollen niemanden vergraulen. Warum? Wie, womit hätte ich hier jemanden vergraulen können, außer, dass ich meiner Hand einen Kuss gebe. So, ähm, Garten im Parlament... Moment mal, ist das... Was ist denn das überhaupt hier gerade gewesen? Speichern. Achso, ich wollte gar nicht speichern. Dann aber nicht. Ne, mach ich auch nicht. Such dir an der Pinnwand einen Fall aus. So, mach mal. Ja, und zwar den mit der Frau, die nur ein Auge hat. Das nennt man Pony. Ponys sind Frauen, die nur ein Auge haben? Ich dachte, das sind Pferde. Oder sind Ponys gar keine Pferde? Bitte sagt mir nicht, dass Ponys keine Pferde sind, weil ich hätte mein ganzes Leben angenommen, dass Ponys auch Pferde sind. Was sind Ponys dann? Ponys. Und wo ist dann der Unterschied zwischen Pferd und Pony? Ponys sind klein. Kleine Pferde sind auch klein. Aber erwachsene Ponys sind dann auch klein. Oh mein Gott. Ich habe wieder was gelernt über Ponys. Und Frauen mit einem Auge. Das vom anderen Ufer. Genau. Wenn man das Uferfest verpasst, dann kann man immer noch das andere Uferfest. Du meinst den Christophers Güte? Ja, genau. Das besuchen. Das war ein schöner Kommentar im Chat. My little Frau, die nur ein Auge hat. Tolle Serie. Ja, finde ich auch. Wie auch immer. Blablabla. Durchklick. Ist das überhaupt groß genug oder sollen wir es größer machen? Für uns? Ja. Ja, größer. Okay. So. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein? Ja. Ja, dann gehen wir mal rein. So, ist eigentlich... Ich kann ja das zumindest mal kleiner machen. Ich schiebe hier gerade noch ein bisschen, damit das... So, also rein hast du gesagt. Ja. Dann gehe ich auch mal rein. Geht das überhaupt irgendwie? Ah! So schon mal nicht. Nein. Also machen wir den Koffer wieder zu. Gehen auf dieses Symbol und dann, ja, rein. Scotland Yard, Foyer. Oh, das sieht ja genauso aus wie in den anderen Teilen. Wow. Oder? Ein bisschen. Nee, also mich in verlorene Zukunft. Okay. Ja, in verlorene Zukunft waren die ja sowieso meistens unter London. Ja, meistens. Hier stimmt etwas nicht. Tatsächlich? Was denn, Miss? Findet ihr nicht, dass es hier im Polizeihauptquartier verdächtig still ist, dafür, dass gerade ein Mord gemeldet wurde? Ja, da hast du wohl recht. Ich sehe nicht viele Beamte, die es eilig haben. Spuren nachzugehen. Ach so, ja. Hm. Hm. Oh, schau, da ist Samuel Sniffler. Sniffler? Mhm. Das erinnert mich gerade an American Pie. Snifflers Mom. Äh, nee. Der Reporter der London Times. Ah, fragen Sie ihn doch mal. Wenn irgendwer was weiß, dann doch wo ein Reporter. Ja, sicherlich. Hinweis. Hinweis maintain. Da ist schon mal eine Hinweismünze in dem Fahndungsfoto auf der rechten Seite. Ja. In der Lampe? Mhm. Das ist das Foyer von Scotland Yard. Das Feu... Feuer. Genau, man liest das Feuer. Mhm. Das ist das Feuer von Scotland Yard, Cheryl. Es brennt heiß, wie... Naja. Nur, falls du das von da unten nicht erkennen kannst. Wenigstens zeigt einem das Schild sehr deutlich, wo man hin muss. Nicht sehr hundefreundlich. Wie soll man das Schild lesen, ohne hochzuspringen und die Pfoten auf den Tresen zu legen? Ja, mach's halt. So. Eine Hinweismünze, wo du gesagt hast. Eine Hinweismünze nicht in der Pflanze. Empfang. Da. Da links. 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 Noch links? Achso, nee. Links ist hier. Hoch. Runter. Rechts. Äh. Irgendwo da. Da. Boah, ist das schwierig. Okay. Müssten alle sein. Okay. Ja, vielleicht ist ja... Zeitungen und Magazine für die Wartenden. Was? Wo ist denn ein Herz für Hunde? Geschrieben von Serena. Hier gibt es sowohl Lokalzeitungen als auch wann das weit erscheinende Zeitungen. Meine Güte. Diese Schlagzeile. Drohendes Einwanderungschaos. Marsianer beanspruchen Bleibe- und Arbeitsrechte in England. Oh Gott. Das sind blöde Bildschlagzeile. Bloß, dass sie von der Sun ist. Sunny. Hm. Hm. Hallöchen. Ich wette, dass Sie derselben Spur folgen wie ich. Sie haben wohl vom Vorfall beim Uferfest gehört, nehme ich an. Und dann auch noch Mord. In welch einer finsteren Welt wir doch leben. Also war's Mord? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. Könnte aber durchaus sein. Allerdings... Oh. Ich hatte gedacht, dass gerade Sie mehr wissen konnten. Tja, glaubt man den Gerüchten, dann war es Mord. Aber bisher gab es noch keine Stellungnahme der Polizei. Hm. Ein wenig seltsam, nicht wahr? Ein Mord bei der größten Veranstaltung Londons sollte doch auf allen Titelseiten stehen. Hm. Sieht ganz so aus. Als müssten wir uns die Fakten direkt von der Quelle besorgen. Ja, die Faktenquelle. Da entspringt auch die Temse. Ja. Wenn Sie mit dieser Quelle Inspektor Hastings meinen, der ist hier vor kurzem vorbeigekommen. Oh, den meinten die. Den hätte ich ja als letzten genommen. Hm. Ich habe ihn um Infos gebeten, aber er hat mir die kalte Schulter gezeigt. Ist wohl noch immer in seinem Büro. Und dann habe ich mich an dieser kalten Schulter erkältet. Oh, oh, oh. Oh, oh. Entschuldigung. Ah, danke sehr. Dann gehen wir ihn mal suchen. Nichts zu danken. Als Gegenleistung hätte ich nur gern gewusst, wenn Sie etwas Neues hören. Egal was. Oh, oh, oh. Ich mache das jetzt immer, weil er hat sich ja zerkältet. Ich habe eine schnelle Erkältung. Ist jetzt schon wieder gewesen. Oh, nein, gar nicht. Bobby. 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 Hat ein Rätsel. Oh, er hat echt ein Rätsel. Hi, hallo, Herr Löcher. Was leid. Während meiner Windjongle in meinem letzten Fall bin ich auf dieses Rätsel gestoßen, aber komme einfach nicht auf die Lösung. Oh. Könnte ich es wohl mal sehen? Aber natürlich kann sie das. Das hier ist das rätselhafte Rätsel. Es wäre sehr nett, wenn sie mir helferhaft helfen können. Helferhaft helfen würden, ja. Genau. Das rätselhafte Rätsel. Oh, Mann. Die glückliche Familie hier. Und bitte Bildschirm ändern. Ja, Bildschirm ändern. Natürlich. Die glückliche Glücksfamilie. So. Es gibt sieben Personen in meiner Familie. Darunter sind fünf Kinder, zu denen auch ich zähle. Der zweitälteste ist vier Jahre jünger als ich. Also ist er der älteste Junge. Der zweitälteste? Ja, er ist der älteste, ja. Das zweitälteste Mädchen, mit dem ich mich gut verstehe, ist drei Jahre jünger als das älteste Mädchen. Aber er muss ja deswegen nicht unbedingt der allerälteste sein, ne? Der zweitälteste Junge. Nee, er ist älter als der zweitälteste Junge. Er ist also der älteste Junge, aber das muss nicht heißen, dass... Der älteste Junge ist vier Jahre jünger als das älteste Mädchen. Nee, als er. Da steht, der zweitälteste liest es erstmal lieber vor. Hä, warte mal. Das zweitälteste Mädchen, mit dem ich mich gut verstehe, ist drei Jahre jünger als das älteste Mädchen. Ja, hab ich doch vorgelesen. Ja, aber nein, aber der zweitälteste Junge ist vier Jahre jünger als der, der das sagt. Steht im ersten Satz. Ja. Ja. Aber dann, hier, warte. Der älteste Junge ist vier Jahre jünger als das älteste Mädchen. Und da haben wir jetzt den Punkt, dass er nicht der älteste ist, zumindest. Sondern er, derjenige, um den es geht, ist also vier Jahre jünger als das älteste Mädchen. Weil er der älteste Junge ist. Der zweitälteste Junge ist vier Jahre jünger als ich. Ja, dadurch ist er der älteste Junge. Ja. Junge. Ja. Gut. Und damit ist er, äh... Ist er vier Jahre jünger als das älteste Mädchen. Und drei Jahre älter als der jüngste Junge. Drei Jahre... Ich glaube, das war der Sinn der ganzen Sache. Wir haben alle die gleichen Eltern. Wenn die... Das zweitälteste Mädchen 19 Jahre alt ist, wie alt bin dann ich? Hm. Moment. Nochmal. Ja, also. Das zweitälteste Junge ist vier Jahre jünger als ich. Okay. Das zweitälteste Junge ist das älteste Mädchen. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist ein besonders interessantes... Was? Das passt gar nicht zu mir. Okay. Jetzt mal nochmal. Ich glaube... Ich habe eine Vermutung. Okay. Ich habe es schon mal falsch gemacht. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich... 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 Ich versuche gerade nochmal rauszufinden, wo habe ich denn den? Ich schreibe mal kurz bei den Notizen oben rechts meine Vermutung hin, damit die Zuschauer sehen, was ich vermute bis jetzt so. Mhm. Mhm. Ich versuche gerade mal rauszufinden, dass du das älteste... Also... Aha, ich bin... Boof. Nee, oder? Nee. Wer ist das zweit älteste Mädchen? Ja, ist jetzt die Frage, sind die Eltern auch da mit drin gerechnet oder sind es nur die Kinder? Hä? Wieso sind die Eltern... Sollten die Eltern mit gerechnet sein? Es gibt sieben Personen in meiner Familie. Darunter sind fünf Kinder, ja. Ja, und das wäre auch ein bisschen komisch, wenn das zweit älteste Mädchen drei Jahre jünger ist als die... als die Mutter. Ja, eben. Oh Gott. Okay. Also, außerdem Mädchen und Junge ist ja... Das wäre ja Frau und Mann. Hm. Das zweit älteste Mädchen ist drei Jahre jünger als das älteste Mädchen. Der älteste Junge ist vier Jahre jünger als das älteste Mädchen und drei Jahre älter als der jüngste Junge. Bis wann. Das zweit älteste ist 19. Also, es muss ja irgendein Kniff sein. Ja, eben. Okay, ähm, gehen wir mal... Na ja, wenn der älteste Junge der Vater wäre, das würde nicht aufgehen, weil ich ja zu den fünf Kindern gehört. Was? Nochmal? Na, es gibt fünf... Also, ähm, wenn man sagen würde, wirklich davon ausgehen würde, dass ein Junge jetzt, ähm, meinetwegen Vater ist und ein Mädchen die Mutter? Scheiße. Scheiße. Ich bin so dämlich. Was? Du... Du hattest doch mal gesagt, dass das... Dass das Ich... Also, diese... Diese Ich-Person... ...vier Jahre älter ist als der zweitälteste Junge. Wer von uns beiden kam jetzt dadurch dann nochmal darauf, dass... Ich war das, oder? Was? Dass die Ich-Person der älteste Junge ist. Ja, habe ich gesagt. Hast du gesagt? Ja. Gott sei Dank. Was ist daraus so? Nein, die Ich-Person ist kein Junge. Meine Antwort war falsch. Okay. Also... Der zweitälteste Junge ist vier Jahre jünger als... Ich lache, wenn es jetzt richtig ist. Ja. Und meine Vermutung war sogar richtig. Die Zuschauer haben es gesehen. Okay, okay. Ich habe oben rechts schon die Zahl hingeschrieben. Okay, also... Also, Moment. Ich versuche das jetzt gerade auch nochmal hinzubiegen. So. Der zweite... Äh... Zweitälteste Junge ist vier Jahre jünger. Ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Und der älteste Junge ist vier Jahre jünger als das älteste Mädchen und drei Jahre älter als der jüngste Junge. Aber wer ist dann der jüngste Junge? Das Ding ist ja jetzt... Ich hätte einen Satz drauf in dem Ding. Ich könnte mir jetzt vorstellen, entweder ist das zweitälteste Mädchen die Person, die ich darstellt. Geht nicht. Nee, stimmt. Okay. Wieso geht's nicht? Das zweitälteste Mädchen, mit dem ich mich gut verstehe. Ist drei... Oh, das ist gemein. Das ist ein echt gemeiner Satz. Boah. Oh, ja. Jetzt bin ich auch so drauf. Ah. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Brenzler sind zum Lösen gemacht. Das ist gemein. Mhm. Ich hab trotzdem noch mehr Bika rat. Ja, weil ich mich für uns beide geopfert hatte einmal. Ja, eben. Aber ich war mir nicht sicher, ob das das jetzt so reinreißt oder so. Aber das ist ja... So, ich will jetzt die Erklärung hören. Ja. Wenn du nach der zweitältesten Mädchen aus weiterarbeitest, wird das Alter... Ja, eben. Ich hab mir auch gedacht, Zwillinge. Mhm. Was? Moment, Zwillinge? Ach so. Ja. Oh, ich hätte auch gedacht, das ist ein und dieselbe Person. Man versteht sich mit sich selbst ganz gut. Nee, nee, nee. Das hab ich mir eben gedacht, Zwillinge. Oh, wie gemein sowas. Ja, genau. Die Verhältnisse sind geklärt. Wenn du dich der Reihe nach dem vom zweitältesten Mädchen aus weiterarbeitest, wird das Alter der Personen klar. Das zweitälteste Mädchen ist 19, das älteste Mädchen 22, der älteste Junge 18, der jüngste Junge 15 und die Person, die das Rätsel stellt, ist ebenfalls 19. Es handelt sich dabei um das dritte Mädchen der Familie. Ja. Es ist die Zwillingsschwester des zweitältesten Mädchens und damit auch das zweitälteste Mädchen. Ja. Oh, Mann.